Herzlich Willkommen im Genussprogramm. Ich bin die Christina und ich bin die Laura und zusammen beraten wir euch rund um das Thema Nachhaltigkeit und bewusstem Einkaufen. Und jetzt lasst euch von unserer Produktvielfalt begeistern. Hier im Genussprogramm könnt ihr verpackungsfrei einkaufen. Entweder ihr nehmt euch eure eigenen Behälter zu uns mit oder ihr nutzt unser Pfandsystem. Wir haben im Genussprogramm ganz viele verschiedene Pfandgläser in verschiedenen Größen. Die könnt ihr euch dann auch ganz beliebig bei uns befüllen. Somit entsteht eine Win-Win-Situation für die Umwelt und für den Verbraucher, weil sich der Kunde natürlich aufs Gramm genau abbiegen kann, was er auch wirklich braucht, ohne dass er verderben steht. Wir laden euch jetzt in unsere Welt ein, ganz frei von Hektik und Verpackung und freuen uns, euch bald rund um das Thema Nachhaltigkeit beraten zu dürfen. Weil nur mit euch ist es uns möglich, einen grünen Faden zu spinnen, der die Welt vielleicht ein Stück besser macht. Und deshalb, kauf's daheim.